Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Ein sehr interessanter Kampf fand auch am Samstag in der G-Tech Arena in Magdeburg in Sachsen-Anhalt statt. Dort war eine SES-Veranstaltung von Ulf Steinfurt gewesen und übertragen wurde sie in Deutschland auf der ARD. Dort kämpften unter anderem Roman Fress im Cruiser-Gewicht gegen Luca Dortensi und Peter Cardiro gegen Boris Estenfelder. Beide Kämpfe wurden erfolgreich gestaltet gegen machbare Gegner, wobei bei Roman Fress viele Fragezeichen bei den Zuschauern aufkam, ob er denn wirklich diesen Kampf auch gewonnen hat. Aber, da möchten wir gar nicht drauf eingehen, denn in welcher Kampf wirklich für viel Gesprächsbedarf in den deutschen Foren gesorgt hat, war der Kampf im Halbschwergewicht zwischen Robin Krasnitschi gegen Dominic Böse. Es ist das Rematch des vor fast genau einem Jahr stattgefundenen Kampfes, der auch in, ich glaube, das war, glaube ich, auch Magdeburg gewesen, oder? Ja, das war auch in der G-Tech, ja, ja. Und damals hatte ja Robin Krasnitschi ihn, Dominic Böse, zu unserer aller vollkommenen Überraschung in der dritten Runde schwerstens K.O. geschlagen. Und bei uns waren halt die Fragezeichen gewesen, wie würde auch dieser Kampf ausgehen? Samira, wie fandest du den Kampf im Gesamten? Ja, da muss man jetzt einiges loswerden zu dieser Veranstaltung. Dafür ist dieser Podcast da. Genau, das ist alles raus jetzt. Ja, also zuerst, ich fang mal ganz vorne an. Schon bei Nino de Angelo dachte ich, schlimmer kann's nicht werden. Der ist 57, ich hab gedacht, der wär 70. Naja, mit diesem Lied, diese komischen Helden stehen wieder auf. Ganz, ganz, ganz schlimm fand ich. Ich find's fast auch überhaupt nicht zum Boxen so. Großer Cringe-Faktor. Genau, aber dann kam irgendwann das Urteil und dann war's, ja. Ja, also es wurde doch noch schlimmer, aber okay, da kommen wir später drauf. Ich kann ja erstmal sagen, ich hab mich auf jeden Fall natürlich auch im Vorfeld, glaube ich, noch am meisten von uns auf den Kampf gefreut, weil ich den einfach spannend fand, sozusagen der Rückkampf zwischen, ja, Robin Krasnicki, Dominik Büsel. Ja, gerade weil Büsel natürlich so krass geschlagen wurde von Krasnicki. Wir hatten uns ja auch, oder ich hatte mich ja auch festgelegt auf Robin Krasnicki als Sieger. Und ja, ehrlich gesagt, für mich hat, also es war ein spannender Kampf, muss ich erstmal sagen. Dazu gehören natürlich auch immer zwei, weil man schon, also ich hab bis zur letzten Runde schon sehr aufmerksam zugeguckt und immer noch geschaut, ja, gibt's jetzt doch noch ein vorzeitiges Ende oder nicht. Aber der Kampf ging wirklich über die volle Distanz. Und ja, für mich persönlich und für alle, die nicht in der GTG-Arena waren, hat Robin Krasnicki diesen Kampf gewonnen. Vielleicht nicht so klar, wie ich das dann gepunktet hab, aber schon mit einigen Runden. Also ich hab da echt schon auf, also ihr könnt ja gerne mal nachlesen auf meiner Facebook-Seite, wie ist auch öffentlich, da haben sich auch einige Boxer, Boxerinnen, Ikram Kerbert, einige Edgar Wald, da sind ja einige Namen, die man so im deutschen Boxbusiness auch kennt, dann bei Boxen 1 im Forum. Also ich hab wirklich noch keinen gelesen, der Bösel in diesem Kampf vorne hatte. Keiner. Doch, ich hab einen gesehen. Echt? Okay, also. Bei Boxwelt war es Kim Burmeister. Ja, okay, aus Protest wahrscheinlich. Er hat immer eine andere Meinung als die anderen, aber okay. Aber ernsthaft so mit Real Name, also jemand, der sich nicht versteckt so und den man auch kennt oder wo man weiß, wer das ist, hab ich keinen gesehen. Und wenn wir Hörer haben, die aber wirklich Dominik Bösel vorne haben, würde ich das gerne in den Kommentaren lesen und ich würde auch gerne wissen, warum und welche Runde er klar gewonnen hat. Weil mir fiel das wirklich, wirklich sehr schwer, Dominik Bösel die Runden zu geben. Ich kann ja mal anfangen, also für mich, klar, am Anfang haben sie sich abgetastet, aber Robin Krasnicki war von Anfang an der aktivere Mann, hat mit seinem Jab gearbeitet, war der beweglichere, hat von Anfang an versucht, seine Rechte unterzubringen. Immer so ein bisschen wie so ein Schwingerhaken zum Kopf, immer so hoch und dann ist er immer noch runtergegangen, damit er halt keinen Konter kriegt. Hat oft auch das Gleiche so gemacht. Aber natürlich auf sein Glück gehofft er, Dominik Bösel halt nochmal hart zu treffen und das hat Dominik Bösel auch so ein bisschen, ja, auf jeden Fall nicht in den Vorwärtsgang gebracht. Also man hat halt, ich finde, man hat auch gesehen, dass da Uli Wegner und Braumowski am Werk waren, weil Dominik Bösel hat sehr stark auf eine Doppeldeckung gesetzt, war ein bisschen, war auch unbeweglich, also hat sich halt am Anfang echt, finde ich, nur abwartend hinter seiner Doppeldeckung versteckt und gar nichts gemacht. Also die erste Runde und so, die kann es, finde ich, Dominik Bösel nicht geben, weil er einfach nichts gemacht hat. Korrekt. Ja, also ich verstehe auch nicht, dass, also klar, einige Runden waren eng, aber bestimmt nicht die erste so, also, ne, also die erste Runde, klar, Robin Krasnicki. Dann ging es eigentlich für mich ähnlich so weiter. Die vierte könntest du ihm geben, die vierte könntest du Bösel geben. Die ersten dreien waren für mich klar bei Krasnicki gewesen. Vierte, fünfte kannst du, wenn du mit viel Wohlwollen Bösel geben, aber war auch bei mir bei Krasnicki, weil er am Ende doch nochmal mit besseren Händen durchkam. So, also, ist ein kleiner Spoiler-Alarm, bei mir hat Krasnicki zwei Drittel des Kampfes gewonnen. Du kannst also so, im Maximum vier Runden könntest du Bösel geben. Von daher sehe ich diese Split-Decision nicht so ganz wirklich, also ich, für mich war das ein klarer Sieg. Krasnicki vier Runden hat, Krasnicki, also vier Runden hat nur Bösel gewonnen. Ich sehe da wirklich nicht, wie Krasnicki das gewonnen hat, ach, verloren haben soll. Ja, wir können ja nochmal ein bisschen mehr auf den Kampf eingehen. Auf jeden Fall, klar, also Dominik Bösel hat halt einfach lange gebraucht, finde ich, um sich in den Kampf reinzuarbeiten. Der war schon ein bisschen irritiert oder hat halt erstmal abgewartet, weil er natürlich aufpassen wollte, dass er sich da keine fängt. Das ist ja auch irgendwie klar. Um nicht K.O. zu gehen, schnell ist eine Doppeldeckung auch hilfreich, aber die Doppeldeckung macht halt eher, also klar, die schadet keinem, aber wenn du dann nicht arbeitest und dann keinen harten Punch hast, so wie Abraham, dann geht es halt nach hinten los und deine Aktivität. Und wenn man die Aktivität bei Boxern bewertet, dann kannst du, also der Moderator, glaube ich, an der AD hat schon die vierte so in Richtung Bösel kommentiert, fand ich aber auch nicht. Also die habe ich Krasnicki gegeben. Bei mir hat es erst ab der fünften Runde angefangen, wo ich dachte, okay, jetzt kommt Bösel rein, er wird sicherer, springt auch in den Gegner rein, weil er gemerkt hat, er kann die Schläge nehmen, hat die Rechts-Links-Kombination abgefeuert, auch viel geclinched dann. Die fünfte Runde habe ich dann 10-10 gewertet, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wer die Runde kriegt. Also die war eng so, die kann man beiden geben, aber die kann man halt auch dem Titelträger geben, der den Gürtel hat. Also es wurde ja immer sonst gesagt, ja, WM-Bonus und so. Und wenn du die engen Runden, also den quasi Weltmeister gibst, dann hat Bösel die auch nicht gewonnen. Also der Unterschied ist halt, Robin Krasnicki hat einige Runden klar gewonnen und Dominik Bösel hat eigentlich fast keine Runde klar gewonnen, weil er hat, wenn, dann ganz enge Runden bekommen. Und ja, es ging halt so weiter, ne? Die sechste Runde, Krasnicki viel variabler, gut zum Körper, war viel dynamischer, hat einfach den Kampf gemacht, so. Und Dominik Bösel war einfach sehr verkrampft, hat auch Hinterkopfschläge abgefeuert, mehrfach. Hat dafür keine Verwarnung gekriegt. Also da muss man auch sagen, hat er Glück gehabt. Da gab es ja jetzt ganz andere Kämpfe. Da kommen wir auch später noch drauf. Da macht jemand drei Tiefschläge und dann wird er disqualifiziert. Also da hätte Dominik Bösel ja wie Kovnacki gegen Holenius, da hätte Dominik Bösel jetzt auch disqualifiziert werden können, wenn der Ringrichter da mehr eingeschaltet, sich mehr eingeschaltet hätte. Ja, und sonst gehen wir dann nochmal weiter, wie ich gepunktet habe. Die neunte Runde war bei mir nochmal eine 10-10-Runde. Also die fand ich auch sehr eng. Aber ich finde, Dominik Bösel hat halt auch ein bisschen zu viel, finde ich, mit Gewalt geboxt. Natürlich ist er technisch eigentlich der feinere Boxer. Er hätte mehr locker boxen müssen, aber er war halt gar nicht locker. Aber trotzdem hat er seine Rechte teilweise unterbringen können. Deswegen wurde müde, auch krass, Niki, bis dann am Ende der Runde. Deswegen hat er sich halt die neunte, kannst du ihm geben, wenn du möchtest. Und die zehnte habe ich wirklich Dominik Bösel gegeben. Also keine unentschieden Runde, sondern die hat er bei mir echt gewonnen, weil er einfach frischer war. Das war aber trotzdem eine enge Runde und weil er einfach da aktiver war und krass, Niki, da ein bisschen müde. Aber eigentlich hat er bei mir halt nur eine Runde klar gewonnen und zwei unentschieden. Und dann deswegen habe ich den Kampf halt 119, 111 gepunktet. Und wenn du dann die zwei unentschieden Runden dann vielleicht Bösel gibst oder so, dann habe ich so ein Ergebnis, was einige so bei mir so gepostet haben. Aber offiziell war es halt eine Split-Decision, also ein geteiltes Urteil mit 114, 115, 112, 116 und 115 zu 114 für Bösel. Und das ist natürlich, also wie das auch zustande kam, vielleicht willst du das ja mal erzählen, also wie lange da gemauschelt auf wurde und getuschelt, bevor das Urteil verschwistert wurde. Ich habe schon vor dem Kampf, also ich bin kein Fan von Verschwörungstheorien, aber wenn du dann so guckst, weißt du, eine Weltmeisterschaft und nur drei deutsche Punktrichter. Ja, ist nicht vorteilhaft auf jeden Fall. Ich sage jetzt Weltmeisterschaft in Anführungszeichen. Ich meine, wir reden hier immer noch von der IBO. Aber es wurde ja immer so, ja, also man kann es so nennen, ist ja eigentlich eine Weltmeisterschaft, aber sagen wir mal so, ist halt keine wirklich, ist die unwichtigste Weltmeisterschaft. Oder es ist die Wichtigste von den Unwichtigsten, nennen wir es mal so, um es positiver zu nennen. Ja, genau. So, aber, wenn, also ich habe jetzt auch ein paar Kommentaren auf ein paar Facebook-Seiten und Instagram-Accounts gesehen, zum Beispiel, dass da auch der ARD-Vorwürfe gemeint hat, dass solche Urteile von der ARD kommen etc., wo ich denke, der Kommentar hat schon was gesagt, in Form so ein Ulf Steinfurt ist jetzt in der Ecke und Robin Krasnicki sagt, nein, Ulf, ist da jetzt irgendwas durchgesickert oder sowas. So, das gibt mir schon so einen bitteren Beigeschmack oder so, wie man so, oder ich glaube, der Schwabe würde jetzt sagen, ist hotter Geschmäckle. Dass der, dass da schon irgendwas durchsickert und Krasnicki sagt, nein, Ulf, nein, Ulf. Und das, ja, ich sage mal so, ich glaube, Böse ist ja halt auch so ein Zugpferd von SCS. Und Krasnicki war ja, ich nenne das jetzt mal Böse, schon auf dem Abstellgleis oder auf dem Ausrangiergleis. Das ist ja auch schon Mitte 30, ist ja auch jetzt keine große Karriere mehr eigentlich planbar gewesen. Und das, ich sage jetzt mal auch ganz Böse, man hat da wahrscheinlich eher auf den Bio-Deutschen gesetzt, als wir auf den jetzt doch besseren Boxer, weil man den wahrscheinlich besser vermarkten kann. Und, ähm. Ja, wobei man da auch immer vorsichtig sein muss, ne? Man will ja keinem, aber klar, also, es hat natürlich auch mit dem, also, mit dem Sitz von SCS zu tun. Sind halt in Magdeburg, Dominik Böse kommt aus Sachsen-Anhalt, ne? Es sind so viele kleine Faktoren. Und Robin Krasnicki ist halt in Bayern, äh, in Gersthofen. Also, erst mal ist er natürlich so, jetzt nicht so für das Heimpublikum vor Ort so die Nummer eins, das muss man einfach so sagen. Und er wurde halt in den letzten Jahren nicht als Zugpferd von SCS aufgebaut. Das heißt, dass alle wussten halt, also, wir wollen ja jetzt keinen so offensichtlich was unterstellen, aber auch Leute, die punkten, jeder, der das kommentiert, Leute, die sich in Boxen auskennen, die mit den SCS-Leuten reden und so, die wissen, dass ein Sieg von Dominik Böse sehr wichtig wäre oder ist. Ja. Auch um das weitere Fortbestehen, ne? Für die weiteren Kämpfe vielleicht in der AAD, einfach um einfach ein Zugpferd zu haben, was die aufbauen können. Also, jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass, äh, dass das eigentlich wichtig ist und dass er da irgendwie, dass es gut wäre, wenn seine Karriere da weiter irgendwie läuft. Das ist natürlich traurig, weil beide bei SCS sind und dass ein Promoter jetzt das Urteil vorher erfährt, sollte in so einer TV-Übertragung nicht so sein, aber ist ehrlich gesagt auch nicht so ungewöhnlich. Also, ich kenne auch bei Kleinringveranstaltungen Promoter, die laufen nach jeder, nicht jeder Runde, aber vielleicht nach zwei Runden rum und gucken, was die Punktrichter da irgendwie auf irgendwelchen Zetteln haben und wissen das dann auch. Also, das ist jetzt nicht so, dass das keiner macht. Ähm, gerade wenn du der Veranstalter bist, ähm, kann es schon sein, dass, ähm, du dann mal jemanden, einen Punktrichter oder fragst und dann, oder du siehst es halt einfach, irgendwie da liegen die Punktzettel, weil die schon eingesammelt wurden. Ich fand's eher, also, ich find's jetzt nicht so krass, dass er es vorher wusste. Ich find's komisch, dass er es halt vorher gesagt hat. Das wär's klüger gewesen, wenn die nicht darüber geredet hätten. Also, das muss man ja auch nicht sagen. Und, ähm, dass er ihn halt schon so beschwichtigt hat, ähm, war halt echt nicht gut. Und, ähm, ja, da sind so einige Faktoren. Ich fand auch den Kommentar jetzt bei der, also, ich find den Kommentar der Boxberichterstattung war auch nicht adäquat. Also, ich muss sagen, dass der schon, auch die Vorberichterstattung ging schon sehr in Richtung Dominik Bösel. Das hat man von Anfang an gemerkt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also, man wusste, der soll gewinnen. Die Vorberichterstattung war Bösel. Es war richtig, das ist der, und der hat sich jetzt erholt, ne, von seinen, er war eh nicht fit im ersten Kampf, war da irgendwie krank, und jetzt ist er fit, und jetzt will er sich den Gürtel zurückhören. Also, die Zuschauer wurden ja schon so ein bisschen darauf eingestimmt, Bösel ist back, so, er holt sich seine Titel, so, und man hat gleich gemerkt, er ist die Nummer eins. Und da diese Richtung ist halt eigentlich nicht schön. Und die gibt er auch wieder dieses Geschmäckle, weil es sind beides SES-Boxer. Warum werden die nicht, warum wird nicht der, der den Titel hat, mehr dargestellt, ne? Also, eigentlich ist er dann die Nummer eins für mich und nicht Dominik Bösel. Also, das ist halt schon ungerecht ein bisschen, ne? Wobei, die Kampf, also, du hast recht, die Vorberichterstattung war schon wirklich eine klare Richtung gehend, aber der Kampf selber, das hörte sich für mich eher so an, dass die auch gesagt haben, Bösel ist vorne. Ja, aber auch nicht richtig, also, auch nicht richtig. Wenn, dann hat er gesagt, es wurde jetzt sehr eng. Ach, Quatsch, Quatsch, Krasnicki ist vorne, Krasnicki ist vorne, Entschuldigung. Ja, okay, aber auch sehr knapp, er ging ja eher dann so in Richtung, ja, ist jetzt am Ende, am Ende hat er nicht klar gesagt, Krasnicki hat diesen Kampf gewonnen. Er hat gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie, ähm, unentschieden oder wird sehr knapp, aber er hat ja auch nicht richtig mitgepunktet, da hat ja keiner richtig mitgepunktet. Ja, und dann ist natürlich noch die Uhr ausgefallen für die Zuschauer, ich finde die immer sehr wichtig, weil ich dann sehen kann, wer die ersten zwei Minuten jetzt schon dominiert hat und, ähm, ja, ist ein bisschen schwierig dann mit den Punkten, aber dafür, okay, technische Probleme kann man beim nächsten Mal besser machen. Ähm, ansonsten, ja, halt der Referee Ingo Barabas hat jetzt auch nicht den besten Job gemacht, finde ich, mit diesen Hinterkopfschlägen, die er nicht richtig moniert hat oder auch nicht, also so ist nicht richtig forscht, dazwischen gegangen, finde ich. Und, ja, dann die Punktrichter kann man ja auch mit ihrer grandiosen Wertung nochmal erwähnen, Frank Michael Maas, Marco Morales und Caroline Pütz, ähm, die Tochter von Thomas Pütz, dem BDB-Präsidenten, der die Aufsicht hat. Uch, wie hättet ihr das denn gedacht? Achso, ich dachte gerade, ähm, ja, also, ähm, also natürlich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht hätte Thomas Pütz auch noch seine Frau irgendwie als Ringrichterin unterbringen können oder so, vielleicht die ganze Familie, dann wäre es noch, ähm, hättest du es noch einen besseren Beigeschmack? Nein, aber natürlich, sie kann ja einen guten Job machen, okay, hat sie aber nicht so. Und die Frage ist, was passiert jetzt mit diesen Punktrichtern, wenn eine davon deine Tochter ist? Also, wie kannst du sie, also, da passiert ja eh nichts, weißt du, das ist halt der fade Beigeschmack. Also, alle drei haben einfach nicht korrekt gepunktet, muss man sagen, an der Realität vorbei, auf jeden Fall eine Realität von allen, die außerhalb der Arena waren. Und, ähm, es wird halt, wenn du deine Familie da am Ring sitzen hast, dann hat sowas halt keine Konsequenzen und das ist das Problem an sowas. Also, ähm, ja, keine Ahnung, also, das ist halt ein bisschen schwierig. Natürlich ist das jetzt auch irgendwie blöd, wenn man dann irgendwie jemand in einer Familie, der auch gerne Punktrichter sein will, aber dann kannst du dich vielleicht dann von der Veranstaltung fernhalten oder dann kann man das besser aufteilen. Oder dann muss man einfach auch einen guten Job machen. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was für einen Boxhintergrund die alle mitbringen, aber, ähm, das war auf jeden Fall, man hat halt, natürlich weiß ich, dass man am Ring oft auch was anderes sieht. Aber ich meine, die sind ja auch geschult und ausgebildet dafür, wie man punktet. Das sind ja jetzt auch keine random Zuschauer, sondern das sind Punktrichter. Also, die haben da, werden da geschult und wissen eigentlich, wie man punktet. Ähm, und da frage ich mich so, ja, wie kommen dann, wie kommt dann so ein Urteil zustande? Also, die, na klar, die Fans und so, aber die Fans waren teilweise auch von Robin Krasnicki lauter. Die beeinflussen einen ja auch. Oft haben ja, punktrichter auch so Kopfhörer auf, weil das ist schon extrem, weil dann kommt manchmal ein Treffer, dann schreien die extrem, dann ist es unterbewusst, du nimmst es dann auch wahr, oh, das war jetzt ein harter Treffer, das muss ich jetzt irgendwie werten, so, das war krass so. Das ist einfach so, du bist ja ein Mensch, du bist ja keine Maschine, du nimmst es halt so wahr. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Dominik-Bösel-Fans die ganze Zeit da viel lauter Stimmung gemacht haben, sondern eher fast andersrum. Deswegen finde ich es eh komisch. Ähm, aber, also, kannst du irgendein Urteil von denen verstehen? Also, ich finde die alle nicht, also, verständlich, oder? Also, auch ein Remis finde ich nicht verständlich. Also, wie kommt man auf ein Remis? Sollen die mir mal erklären? Also, vielleicht hat ja hier jemand mal Lust, von den Ringrichtern bei uns eingeladen zu werden, wir können den Kampf mal richtig auseinandernehmen. Dann würde ich gerne mal wissen, wodurch wirklich Dominik-Bösel sich die Runden klar, also, gesichert hat. Mit seinen wenigen Schlägen, mit seiner wenigen Aktivität hinter seiner Doppeldeckung, der sich kaum den Kampf gemacht hat. Und, also, wie, also, wodurch, so? Also, ich verstehe es halt nicht, so. Also, da waren halt so viele Kleinigkeiten, die so zusammenkamen und die dann so den Unmut der Boxfans natürlich so dann hervorgerufen haben, also, glaube ich, ne? So, diese ganzen Kleinigkeiten, dieses Urteil, zu lange gewartet, dann Punktrichter, wer ist das überhaupt, dann alle deutsch, ja, klar, das ist ein deutsches Duell, aber trotzdem hätte man da auch irgendwie andere Punktrichter hinstellen können. Hättest du einen deutschen Punktrichter haben können, dann hättest du noch einen Franzosen, sonst wen, Spanier, Polen und Tschechien. Ich meine, das ist ja nah bei Magdeburg dran, ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt dann so schwierig, durch die Corona-Pandemie so jemanden zu besorgen, zumal, ich glaube, auch in Polen und Tschechien gibt's genügend Punktrichter, die bestimmt schon geimpft sind oder so, also, von daher kann ich mir jetzt die Argumentation, die da genannt worden ist, auch nicht so richtig vorstellen. Ja, das ist halt auch schon irgendwie, ja, es geht halt alles in so eine Richtung, ne, dass man dann so weiß, okay, die kennen sich ja auch alle, ist ja nicht so, dass sie sich nicht alle sowieso kennen, also, das sind alles so Kleinigkeiten, die halt so ein bisschen, ja, sehr traurig einfach sind für Robin Krasnicki, also, der war ja ziemlich fair, also, der war extrem fair, ne, im Interview dann nach dem Kampf. Zu fair. Ja, fast schon zu fair, aber das hat damit zu tun, dass er auch bei SES, ne, unter Vertrag ist. Wenn er nicht bei SES wäre, hätte er, glaube ich, noch was anderes gesagt, also, er hat ja einfach gesagt, ich, also, für mich habe ich gewonnen, so quasi, und ich sehe das halt nicht so, sein Manager dann auch, er war, hat dann noch ein bisschen mehr gesagt, so, auch mit diesen kleinen Hinterkopfschlägen, bla, 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 aber er kann sich natürlich auch nicht so gut gegen seinen eigenen Promoter da wehren, ne, also, was soll er da sagen, das ist halt sein Promoter im Endeffekt, also, den kann er natürlich nicht so angreifen, wie jetzt jemanden, also, im Endeffekt, der Promoter kann ja jetzt auch nicht direkt was dafür wie die Punktrichter werten, ich finde, das darf man auch nicht so über einen einen Kampf scheren, also, die Leute denken halt immer, ne, die denken halt immer, da geht jemand hin, dann gibt er denen 10 Euro und dann punkten die alle jetzt für Dominik Böse, also, so läuft es jetzt auch nicht, es ist einfach so, es ist einfach so eine Gesamtatmosphäre von Leuten, dass immer die gleichen Leute in Deutschland beim Boxen sind, sich alle sehr gut kennen, gemeinsam teilweise in den Urlaub fahren, also, jetzt nicht die, aber es gibt ja so andere Promoter, die das auch mit dem WDB-Präsidenten machen, die Familien kennen sich und dann hat halt so jemand die Aufsicht von deiner Veranstaltung und dann ist es halt sehr schwer, objektiv zu punkten, wenn da so eine Beziehung sind, dann ist dein Vater mit dem befreundet, du bist die Tochter und punktest da, also, weißt du, das sind so Kleinigkeiten, dann ist, SES macht immer grandiose Events, muss man ja sagen, die machen auf jeden Fall gute Events, wir haben schon genug gemeckert, aber muss man auch mal sagen und sind professionell eigentlich, so in ihrer Angehensweise sind sie professionell. Wenn man da hingeht, ist das ein gut aufgestelltes Event, die Leute wissen, wie man Events macht, wie man sich verkauft, was man sagt, so. Aber es sind so, ja, es sind einfach diese Beziehungen auch untereinander, dieses manchmal auch unmöglich machen, sowas neutral zu sehen und ich bin wirklich jetzt kein besagter Robin Krasnicki-Fan, ich bin einfach auch nicht dummig böse, also, für mich war das einfach, der Bessere soll gewinnen, ich habe dann keine Richtung gepunktet, aber wenn ich dann von Henry Maske dann auch so höre, also, ich liebe ja Henry Maske, das wissen alle, die mich kennen, aber wenn ich dann so höre, ja, die ersten zehn Runden waren unentschieden, ich konnte mich kaum entscheiden, ich habe den Kampf nach den letzten beiden Championship-Runden gewertet und die eine Runde hat Dominik Bösel und die letzte Runde hat Krasnicki so, also war es für ihn dann ganz eng unentschieden quasi, aber das kann ja wohl nicht sein, ernst, also, jetzt mal ehrlich, das war doch nicht zehn Runden unentschieden, dass du die Runden zehn zu zehn Punktest, was hat, was haben sie, also, was hat Henry Maske in der ersten Runde gesehen, so, zum Beispiel, ne, wodurch hat Dominik Bösel den Kampf gewonnen, da frage ich mich so, ja, er konnte es halt auch nicht so sagen, weil er immer mit Dominik Bösel in Verbindung gebracht wurde, er sozusagen sein Vorbild ist, die wurden immer zusammen so aufgebaut, also, dann kam, er wusste teilweise dann ja auch gar nicht mal, was er sagen soll, hattest du da ein anderes Gefühl, also, ich fand das ziemlich komisch. Ich stimme dir vollkommen bei, aber ich musste gerade echt mit den Augen drehen, wie gesagt, man hat ihn so immer zusammen gezeigt, wo ich dann auch so denke, meine Güte. Also, weißt du nicht, die Henry Maske, Bett, Wäsche, erinnerst du dich? Ja, ja, ich erinnere mich leider sehr gut. War ich ja richtig neidisch. Du, ich bin's. Ich meine, ich bin jetzt kein Maske-Fan, aber jetzt, als wir letztens zusammen nochmal den Kampf geguckt hatten, gegen Rocky Gianni, da ist mir dann doch nochmal bewusst geworden, dass der doch eine Menge im Petto hatte, was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, weil das Thema Maske ist ja schon, ja Gott, das ist eigentlich bei mir seit 25 Jahren abgehakt, jetzt bis auf diesen einen Comeback-Kampf, den er dann halt nochmal gemacht hat, um nochmal seine Niederlage zu rechnen, aber mir war gar nicht mehr so wirklich bewusst, was der so im Repertoire hatte. Der konnte ja so ansatzlos aus der Hüfte raus auch Hände schlagen. Ja. Das sind alles Sachen, die ein Bösel diesem Leben nicht mehr können wird. Da liegen, also von der Klasse, Welten zwischen und deswegen muss ich, also wenn ich das immer höre mit, diese Vergleiche, dann muss ich einfach schwerstens mit den Augen rollen. Weil, das passt nicht. Vielleicht nicht vergleichen, aber du hast ja gemerkt, in der Berichterstattung wurde er immer an ihm rangezogen, ne? Und er möchte auch so werden, Gentleman wie Maske und er ist ja auch, er gibt sich ja auch ein bisschen so, ne? Er ist ja keiner der, ähm, ja, weiß ich nicht, also er ist ja jetzt auch kein Box-Proll. Also manchmal macht er natürlich schon so Äußerungen, die dann nicht so sympathisch rüberkommen, weil er dann sein Gegner so ein bisschen kleinredet, so wie bei Krassnicki nach dem Kampf, ja, jeder verliert mal, jetzt hat er halt, ich war der Bessere, so er hat den Kampf ja gar nicht richtig eingeschätzt auch, ne? Also, aber das sagen ja viele, also wenn du gerade ein Gürtelgeschenk kriegst, dann was sollst du sagen, so. Also ich habe noch nie einen Boxer, also es gibt sehr wenige Boxer, die dann sagen, ja stimmt, eigentlich war der andere besser, ne? Also ich glaube... Joseph Park hat das in diesem Jahr gebracht gegen den Kampf gegen Chisora, hat er gesagt, also wenn man jetzt sagt, das wäre ein Unentschieden gewesen, hätte ich da auch sehr gut mit leben können. Ja, aber das gibt wirklich... Chapeau, das hörst du selten. Das meine ich ja, die meisten sagen, ja, man gewinnt, man verliert, jetzt hat halt Krassnicki verloren, ist halt so, wir machen... Im Endeffekt ist es ja für SES Win-Win-Situation gewesen und geschäftlich konnte man, haben wir glaube ich vergessen, so ein bisschen darauf einzugehen, dass es eigentlich am meisten Sinn macht, wenn jetzt wirklich Dominik Böse diesen Kampf bekommt. Kampf, weil natürlich der dritte Kampf ansteht, die wollen ja auch einen dritten Kampf machen, wurde ja auch gesagt, quasi jetzt müssen sie noch einen Kampf machen, beide verdienen nochmal Geld, der Titel bleibt in der Familie quasi und Robin Krassnicki darf ja auch nochmal Geld verdienen, also muss er ja nicht so traurig sein und er kann sich ja den Titel dann beim nächsten Mal zurückholen, wenn er es schafft, ne? Aber ja, es hat halt alles so einen faden Beingeschmack, so ein bisschen, ne? Es ist halt so ein bisschen... Äh, also ich reg mich generell über Fehlerurteile auf, weil ich das einfach extrem ungerecht, unfair finde, weil man weiß, was die Boxer da für Entbehrungen in Kauf nehmen, wie sie sich darauf vorbereiten und so und wenn du dann auch noch wirklich der Bessere bist und auch klar, dass du dann nicht das Urteil kriegst, ist einfach eine Katastrophe. Ist einfach wirklich eine Katastrophe. Also, so, dass man da so ruhig bleibt wie Robin Krassnicki, Chapeau. Chapeau auf jeden Fall. Also ich glaube, da wären andere, wären da in die Luft gesprungen und sonst was, aber ich hoffe, dass er den dritten Kampf kriegt, auch wenn viele jetzt geschrieben haben, sie wollen den nicht sehen und so, aber für ihn, was soll er sonst machen, ne? Das ist jetzt eine Niederlage, so, die muss er hinnehmen, wird eh nicht mehr geändert, weiß man ja, passiert ja eh nix. Wenn ein deutscher Punktrichter drei irgendwie Müllpunkten, dann passiert ja nix, weil seine Tochter wird man dann nicht irgendwie aus dem BDB ausschließen und seine Freunde auch nicht oder die, die man kennt und dann bleibt es halt so und du hast halt eine Niederlage im Rekord, aber das ist ja egal quasi. Schade, ich soll den Kassnicki Kopf holen. Ja. Neue Episodes Every Week Follows on Facebook Instagram YouTube iTunes Music and Spotify BoxPodcast.de 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 BoxPodcast.de